Frührente erfolgreich beantragen aber wie guten tag mein name ist konrad huber und ich möchte ihnen in diesem video näher bringen warum sie in ihrem rentenkonto bei der deutschen rentenversicherung unbedingt eine gründliche kontenklärung durchführen sollten warum sollten sie diese kontenklärung in ihrem rentenkonto durchführen ganz einfach weil jeder einzelne beitragsmonat zählt und weil sich jeder fehlende beitragsmonat lebenslang renten kürzend auf ihre rente auswirkt es geht also echt um ihr geld für die zukunft und da sollten sie in ihrem ureigenen interesse keine halben sachen machen ich habe ihnen unterhalb dieses videos die wichtigsten dinge im zusammenhang mit der kontenklärung ihres rentenkontos bei der drv deutsche rentenversicherung zusammengestellt und nun liegt es bei ihnen dass sie ihr rentenkonto gründlich auf den prüfstand stellen und gegebenenfalls fehlende beitragsmonate mit geeigneten nachweisen auf vordermann bringen in diesem sinne halte ich ihnen beide daumen und wünsche ihnen viel erfolg bei ihrem antragsvorhaben bestmögliche gesundheit und beste grüße auf wiedersehen im nächsten video oder durch ihre kontaktaufnahme über das kontaktformular unter www.erwerbsminderungsrente.biz 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 www.erwerbsminderungsoft.de www.erwerbsminderungsrente.biz